Wir sind hier auf dem Mount Otzi 1500 und ein paar Meter hoch. Hier hinten ist Moyo. Man sieht hier stellenweise auch den Albert nahe rüber, der dort Richtung Sudan fließt. Und dann kommt es hier auf dem Mount Otzi 1500 und ein paar Meter hoch. Und dann kommt es hier auf dem Mount Otzi 1500 und ein paar Meter hoch. Und dann kommt es hier auf dem Mount Otzi 1500. Und dann kommt es hier auf dem Mount Otzi 1500 und ein paar Meter hoch. Und dann kommt es hier auf dem Mount Otzi 1500.